I'm in Odal, Odal Hey, warum Smashcast? Was ist das denn? Yo, hat's gefunst? aber das macht gar keinen sinn ich kenne das gar nicht was macht keinen sinn auf dem account gehabt auf dem das gute ist ja du hast einen gemeinsamen chat für alles also du gehst bei restream auf chat dann hast du twitch und youtube in einem also kannst du es einmal downloaden und einmal ich kann da ich mal irgendwem wollte ich doch eben spielen oh komm ich spiel cancer don't win my cancer oh you get cancer ich spiel ich spiel ich spiel bis jetzt bin ich so Sobs Gemült mich verquert Alles klar Ah Einfach nur weil wir die Outlane dann im Dauer CC haben Oh Mann ey Ich hab den Namen jetzt schon über 2 Monate, das ist zu lang für meine Verhältnisse Ne War er ja, Patrick? Ne Sag mal nen lustigen Engel Namen, blutwettd, dass ich den Namen wieder wegsehe Ne, nicht schon wieder Alter ich hab den Namen jetzt schon über 2 Monate, ist viel zu lang für meine Verhältnisse Den Namen, seitdem ich einen Account erstellt hab Ich spiel jetzt mal die Hardcore Legendary Scheiße ab, ja? Okay Ich hätte da nicht fassen können Pulsefire Twisted Fate Das ist so Hardcore, das ist ähm Das sind ein paar Hardcore Wait, der Jinx mit Exhaust Äh... Äh... Leute, Leute, ich bin gerade so mächtig geil gewesen Da bin ich erst mal in Elspa Hosen in den Wald gefahren Hab mir das Profilbild von der Silvia runtergeladen Ich hab erst mal im Rohr ordentlich einen abgewichst Oooooohh... Leute, ist das eine Fixtute Oooooohh... Jetzt geht's mir etwas besser Obwohl, wenn ich schon wieder dran denke, merke ich, wie schon wieder mein Sperma-Beutel voll läuft Oooooohh... Die haben so viel Da hätten wir den ganzen Platz mit abziehen können Der Fußballtrainer hat den ganzen Platz Oooooohh... 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 Ich bin mir gerade so geil für jeden Regentropfen, der mit der nächsten Minute auf der Windschutzscheibe fliegt, werde ich noch heute einmal abspritzen. Aaaaaaah! 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 So! What the fuck? Oh, baby, baby, sieh's out, Maren! Dann bist du krass. Mein Glied ist zu groß, du bist zu eng für mich, mein Glied ist zu groß, du bist zu eng für mich, du bist zu eng für mich, Aaaaaaah! Aaaaaaah! Da ist was lustiger dran für mich. Oh, Jungs, das ist passiert. Ich konnte sie mir aushalten. Hier oben in Oberfall, was habe ich mir gerade eingepellt? Ich schwöre euch, das war eine fleischgewordene Kernschmelze. Oh, Alter Schwede. Stellt euch diese braun gebrannten Äpfelkiss von dem Maren vor. Mit ihren schönen Wazenvorhöfen. Und dann stehen die Nippel. Und ihr reitet auf euch und haut euch die Glocken an die Ohren. Und dann kannst du sie lecken. Auf ihrem blank rasierten Venushügel. Und dann gehst du unten an den Schlabberlappen ran. Und leckst dir gleich nur das Arschloch mit. Und dann reitet es auf euch. Da könnte ich sowas von abspritzen. Mit ihrem Bauchnahmepiercing. Es läuft schon wieder Nacht. Ich habe schon wieder Einschuss. Baby, Baby Maren. Sau mir mein Glied leer bis zum letzten Tropfen. Baby, Baby Maren. Ich freue mich gleich schon auf Elferhosen. Was macht mich die Alte geil. Ich habe euch über 8.000 angemeldet. Also ich bin da sehr gut. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Ich möchte euch mal an. Ich bin mir zu viel. Dein Ink. Das ist nicht mal schlimm. Mache ich meinen Account. Das ist nicht mal schlimm. Ich bin mir. Das ist nicht mal gesund. Ich bin mir. Ich bin mir dran. Ich bin mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist denn das für ne Scheiße schon wieder? Oh, ja gg Oh Gott, wie kann ich dein Ernst sagen? Ich würd sagen alter, jetzt geh mal weg damit ey, wenn ich den nehmen ist egal Kann wahr sein Okay, ist er auch noch dabei Was ist denn das? 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 Es ist für euch auch so warm Werdet ihr jetzt gut schlafen können In der brünten Hitze Oder etwa nicht? Hey, wake up! Und wie kann denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Schönen streichen Ja gut. Irgendwann sind die stumpf, weißt du? Aber... Finde ich anscheinend nicht, ey. Das ist ja dauerhaft gefeiert. Was? Finde ich anscheinend nicht, das ist ja dauerhaft gefeiert. Oh, scheiße. Da hab ich übertrieben. Da hab ich doch noch weg für dich kommen. Wow. So geht das. Wenn ich den jetzt noch dae werde, dann bin ich ein Profi. Dann go. Oder? Wer wird den eh nicht dae? Jetzt sind dann keine mehr da. Denn er ist eine Pussy. Scheiße! Ich dachte du bist noch ein bisschen näher dran. Pussy! Nein! Oh mein Gott! So, let's go! Rein da! Oh, was denn? Let's go! Spotlane? Ja, natürlich! Guck dir das an, Alter! Easy! Ignite, was hier? Oh Gott! Bisschen verstretet, aber... No, ich mach halt jetzt so nen Hotkey, scheiße! So, und wieder aus, ok? Komm! Hier, wo ist es? Ja. Set Hotkey! Was für Kinder, Alter! Mann! Das ist stressvoll! Stress der Nerf in dem Scheiß! Ich weiß nicht, Mensch! Das ist auch kein Mann auf, Mann! Das ist auch kein Mann auf, Mann! Oh, oh, oh. Oh komm Auf geht's auf geht's auf geht's ab auf die Bud Lane Wieder rasieren Easy Ultim Wunderbar Hier sind so viele Zuerst Oh god, dann noch Exhaust Ha! Outplayed LOL Einfach mal execute hier Riven, geh mal rein Die Riven auf TS Ich glaub nicht, ne Spotline, geh mal rein Es ist niemand da zum reingehen, sorry Riven, was testen Ja Oh, stop lane Nein Mitte Du bist bescheuert, Alter Easy Trinkst du ein Wort? Alter Mach's aus Was? Mach's aus So, okay Ich find grad die Tasten nicht, so Naja Jetzt aber Ich brauch mal Hilfe in der Mitte, ey Naja Uli war top Für Mitte Und dann Und dann Und dann Und dann Auch nicht Da kam das weiter auf Doom Unfair Nicht Wurff Mit demiss Ich pushe ein Tower Was ist das hier? Na komm, stirb doch, Seraph Mahn ey Falls jetzt ne Jinx Rocket unter mich gefickt, nur so nebenbei Ach was, hier steht ein Geht hier rein Hier steht ein dicker Tank Wie Sekunden, kann er auf Jinx gehen? Ich geh mal top lane Vor Leads, nice Bei Jinx hab ich noch ein Hühnchen zu rupfen Oh fuck, ich bin ja lowlife aus der Base gegangen Ja, nice Stand down Oh man Nope Nope Oh god, war das bad Oh Hehehe 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 Oh god Sidewater Hehehe Hehehe Wie macht die Schesshaus Hehehe Hehehe So schrecklich Hehehe Ja Instagram.com slash TristanOxt Abonniert mich alle Oxt Ich brauche noch Slide-Manions, ey Bin stopp Ja Jo Hey Geht denn hier Easy Bis hier Schelle Komm er trifft eh nix, kannst easy tortschen Erst komm hier rüber Rein da, ich will da rein Oh Gott, ich noob Uuuu Brauch mal die Ferne wieder Jo, definitiv Elektro-Titel Ja, du bist zur Mutter, zur Tite Oh, ich kann nix dürfen EGT Oh fuck, hab ich das verkackt ey Nichts Tenta Ja, das war mein Tod NEI Ach, Jinx, du Olle Ja, aber jetzt war noch ganz schön was rausgezogen, um dich jetzt tot zu sehen Jetzt ab gehts Jetzt ab gehts Uuuuuh Vom Oh fuck Oh fuck Ich hab das so lange jetzt nicht mehr rausgekriegt Oh du bist da Uuuuuh Uuuuuh Uuhuhu Uuuuuh 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 Interessant Uuuuuh Uuuuuh Oh, verdammt Schaffst Ich hab das Gefühl, er hört das mit Darylchen gar nicht mehr selbst Was ist? Ja Ha? Ha? Hast du die Ohren weggetrudelt oder was? Uuuuh Nappes Ding Ah, ich mach jetzt nen Autistico dazu, erstmal nen Redpuff nehmen Uuuuuh Ich bin Yasuo, mir gehört dir alles Uuuuh 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 Oh Pinky Uuuuh 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 Hey, waa Waa Warum Wich da denn noch Wenn es Sinn Stich reinflinkt und sein Fliebe Ja ich weiß, aber das hätte in der Zeit Wann ich nicht passieren dürfen Oh nooooo I had calculated that I could run away Cut run away? Hmm Are you ready? Oh 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 god Warum ich schon wieder? Das ist ein scheiß Problem Ja wir pushen ihn auch fort rein Wir müssen auch sofort runter Ja ich muss mal kurz Ja voll im Einsatz Oh Okay Tja das gibt euch ordentlich nur Besuch Oh Jax wieder unterwegs Boah Komm der da oben auf Ne Ne Dass der's Knockup jetzt nicht getroffen hat Das ist jetzt nicht Unverzeihlich Oh god Warte Zeitwort kriegt ne Momentechart auf die Fresse Na das game ist over Never surrender I can carry this Oh shit I'm only 3 8 So I will carry this I believe Ich bin einfach mal gegen ne Planke gefahren Komm 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 mach da Alter willst du mich verarschen? Das ist so nervig Stop Tristan stop Stop Tristan stop Sorry Kibis Okay ich mach jetzt leise Musik an ja? Song Request funktioniert ja nicht mehr Ja sorry Oh Ich würd mich mal ja Ich würd mich mal ja Und rein Zack Erstmal barren ab worden hier Dunzinn dunzinn Richtig schon was schönes Ah und check's Glitter unten auch ab Der Rad hinter mir Was ich hab' ich hab' ich hatte Ich will mich mal ab Da Ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich Ok Oh lai, der flächelt Nice Nieder mit der Jinx Das war der Dislike Wir hassen ADC's Oh, das starten so Bin ich höchstwahrscheinlich zu langsam Was wurde gerade gesmited? Ein Champion? Okay, Lui Oh shit Hm Hm Oh und Jinx wird auch gerade geholt Tschöl Ja, gleich den Sinx mit Jawoll Wenn er schon da rumsteht Um den TP Wenn ich da hier nicht Diffen müsste und twist unten wäre vielleicht schön da auch sie sind auf chaos sie sind weg sie sind schon weg man ich will sie doch back sehen über tristans ult tristans ult tristans ult tristans ult ah ok wir müssen mal mit leute und zum drake irgendwas wir brauchen ein bisschen kriegt das nicht alleine was sind wir noch machen schaut doch schon mal rum tristete auch noch nicht auslösen ja oh god ok riven ich bin auch gleich da ein paar lags what the fuck ist das schon wieder gut mitte ja keine ahnung was ist grad mit dem los autismus ist alles gut ja ich spiel asu ich darf das ja vereint einfach ads und autismus in einem ja schon ein bisschen viel schlimmer ich bin die man und ja so schlimmer glaub mir ja weil die kannst du dann was machen ja so viele dreien und kriegt danach alles um oder so oder so oder so sicher dass wir da noch weiter vorgehen wollen ja ja das war schon mal ja das war auch noch auf k und jacks hinten am arsch den könnten wir easy rausfüllen leute der rennt richtig weit raus komm ja das legge ich gerade ja scm der hat an dem ich delus permanent raus dieser overwall ey das war so gut hoch hoch nuggel nice easy death row oh shit das hat viel der minion damage so much get ranked ja geht mal lieber base nuggel go back i am out of here we sit down nuggel ich möchte euch nur daran erinnern wer dieser gut aussehende mann war der sagte geht back ja oh no per 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 g la per per ter kopf bei 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 Jinx push bot Okay Jinx push immer noch bot Team? Gibt's euch eigentlich noch? What the fuck? Ich hab da was gefunden Ich komme von hinten Hilfe! Oh Gott Oh, sehr schön Freige ich mal gleich, wa? Sehr gut Jo, easy Da kommt wieder Nö, du bleibst da Sehr schön Ernst, das braucht 10 Sekunden Ja, den kann man gleich mitnehmen Dann müssen wir die Lanes noch mal ordentlich auspushen Ja, wir bräuchten einen Twister, duuuuude Wir machen keinen Damage Oh, shit Wenn es so weiter gehts, sind wir nehmen können 10 Minuten durch Ja Ja Oh, brah, was meinti unten Oh mein Gott Zzzzzzzz Und so weiter Uuuuh, finally Oh Gott, es wird wahrscheinlich schon zu spät, wenn wir noch fischern Haben wir so was von? Ja, wir sind auch da Nice Und back here Alle Ulls raus Aber wir werden wahrscheinlich Oh mein Gott Oh mein Gott Und so weiter Jigs wieder topflägen Hmm, wo war Kaka' da unterwegs Zinch beim Redbuff ungefähr Mit Xerath Ich würde da aufpassen Ja, die wollen den Drake holen Warte, 7 Sekunden wird knapp Ah! Jinx nicht da! Mit rein! Achso Ich bin auch unterwegs Fick die jetzt Einfach eine ATV laufen lassen Ja Hinter dir? Ja Bleib bitte bei Noti, Leute Hier ist ein Zincht Das war doch sauber Oh no! Gut, dann können wir uns eigentlich einen Drake holen, oder? Ja, go Vorsicht bitte oben Ganz entspannt, ey Ja Spirat wie ein Pro Ja, total Hab nicht die Stats wie ein Pro, aber ich spiel so Ja, ich bin ein Pro Sache Na gut, die sehen eh, dass wir hier sind Wegen dem Ding Ja, die haben viel zu viel Angst vor meiner Pro-Aura Ah, seh schon Wurde, dass wir dich jetzt holen Ja, siehste Dafür geht es nicht zum Drake Wegen meiner Pro-Aura Ja, aber es ist nicht die Team Oh, die kommen doch zum Drake Ich dachte durch den Spielt ja schon die ganze Zeit Komm, machste Machste Gut Komm, Revan Mach doch einmal was Gutes So 3 gegen 5, macht er Ja, da fährt uns halt einfach ein nach dem anderen und deswegen meinte ich, warum können wir nicht einfach zusammenbleiben und schnell alles zusammen machen, das... Ja, ich hatte jetzt so viel Money on the Bank Ne, ich hab jetzt links... Es ist scheißegal, das Spiel ist durch Ah, der fehlt im Team Ah, Bullshit Das machen wir noch Das machen wir noch Das machen wir noch, easy Easy, locker Ja, voll Die Mitte pusht gerade so schön Feuer da von den kompletten Prossen Ich leb jetzt wieder Das versucht der Jax Der hat nicht mal Minions Das... Ich bin ne Fagg Ich dachte, er wäre ok aber... ...ich auch nicht Ich bin ne Fagg 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 Jop Schwere Burt aber... auch klappt Vorsicht, du Alles ist entspannt hier Ähh Riffen wir dahinter Ja, gar nicht mehr so entspannt No mana Jetzt fühlt sie sich verarscht Oh Gott, ich hätte vorher noch kappen sollen Egal, krieg ich noch Boah, war's bad Dann flashmixer war ich Ich denke, wir sind in Unterzahlen Dann könnte ich das vergessen Oh Gott, ich versuche davon zu kommen Wir kriegen die Jinx halt nicht, weil wir kein Damage machen Die Soraka permanent dahinter steht Oh Gott Ja, ich bin die ganze Räne Jinx drangehangen, aber es ist halt nichts passiert Ja Die Soraka da halt noch im Lacken ist, kann man nix machen als Saints So, ich gönn mir jetzt den Chocolate Oh, die ist ja voll weggeschmolzen, ey, ne Was, da warst du bei dem Wetter Joa Ey, bei mir im Zimmer Ich hole mir jetzt den Ventilator Scheiß drauf Und dann sind wir noch nicht fertig Jetzt ausbauen, Rasu und dann Mitte push Sag mal, wenn ich wieder lebe Die lebt alle jetzt, egal Ah, komm, ich schaff's noch, den Ventilator einzustecken Oh, ich wieder lebe Okay, geh heute nicht drauf Okay Wo find ich noch? Oh Mann Egalo, der Ventilator funktioniert Hä? Au, zacka dat Ah, jetzt geht er Wunderbar Wir haben zwar nicht gewonnen, aber ich hab nen Ventilator Nice Hört man den? Nein Okay Dann wunderbar Ah, das ist nur geil, ey Ich bin allerdings offen, ich muss morgen früh raus Okay, tschüssi Bei mir steht das in Champions Select Am Feiertag? Ja Okay Jo, dann tschüssi Bei mir steht das in Champions Select bis WTF Ja, komm, eins geht noch Scheinbar nicht Was? Scheinbar nicht, hab ich gesagt Ja, ich meine dich So Ja, ja Wow Was bist du in Ranglistentechnisch? Was? Was bist du in Ranglistentechnisch? Bereit zu lachen? Nö Zwei Was? War zwei Gold zwei? Ja, Silber zwei Achso, ja dann lass doch ein Ranglistenspiel machen Ranked? Jo I don't know I don't know Ich muss erst mal Er ist mein Ventilator in meine Richtung Dann geht schon mal alles besser So Ich verstehe Ah, ich weiß nicht Weil ich spiel Guck mal wie lange ich keinen LoL mehr gespielt habe Ich spiel gerade Silber 5 Niveau Was für Spiele hast du sonst da so, die du streamen kannst? Ich hab keine Ahnung was der schafft hier Was für Grafikkarte hatte der eine R9? Nö, nee, nee, nee Wär schön Ist das noch ne etwas älterer Geforce GTX 750 Ti oder so? So, ja, hatte ich auch mal Soll ich dir nen Tipp geben? Hm? Ich hab meine 750 Ti für 80 Euro verkauft und hab mir für 90 Euro ne 77 geholt, ne? Die zwar das doppelte an Strom Aber 10 Euro auf Preis und doppelte Leistung Also nur gebrauchte 77 Die hab ich auch aktuell noch drinne Die hab ich auch aktuell noch drinne Also normal oder was? Ah, mir soll's egal sein Hä, was ist denn das nun? Oder auch Spiel CSGO aus, müsst ihr ehrlich packen Wenn du CSGO hast, weil da hätte ich grad extrem Sput drauf Kannst du ruhig zocken Ne, äh, wenn dann musst du ja mitspielen Jetzt wo ich schon einmal hier im Stream bin Ne, ich zock kann CSGO Was hast du sonst noch für Games? So gut wie gar nichts Ich musste erstmal testen, ob das überhaupt geht Nachdem ich den Ding hier aus 10.000 Teilen da zusammengefliegt hab Na komm, wenn du Support gehst, geh ich ADC Machen wir's so Ich hab voll keinen Bock auf Support jetzt nochmal Ah Ah Na gut, musst du wissen Dann... Könnt's auch im Zweifelsfall andersrum machen Brauchst du dir das in Reimlist zu? Ahhhh Kopfwortzahl Egal, versuchen wir's einfach Was? Zahlen Ey, Kopfwortzahl jetzt Ja Ok Hey Siri Wirf ne Münze Wirf ne Münze Hä? Wirf ne Münze Wirf ne Münze Ja Na dann Mach her ready Und? Ey Kopf, hast du nicht gehört? Achso, ne Schau nicht an Also doch, dann let's go Jo Jo Ah, scheiß Schokolade ist geschmolzen Kaugummis bleiben mal scheiß Datter hängen Und Pringles euch fettige Finger Ja Geht's wetten Nice Hauptsache, fertig Tschüss Tschüss So So Alter Schwede Legs Irgendwie Packt Man rechnet diesen Client nicht Weiß nicht warum Alles andere ist geil Ingame alles in Ordnung Übern Übern kleinen Statter das rum Ist fuck Keine Ahnung was ich jetzt spielen soll Supertechnik Karma, Jenna Spiel mal Soraka Oh Jesus Das ist ja spannend Oh, ich wollte sie grad bannen messen Nicht bannen, spielen Bannen Ich kann Vayne spielen, Alter Oh God Vayne Soraka, go for it Ich bin gut mit Vayne Genauso gut wie mit Yazoo, ja? Oh Willst du sie nicht nochmal überlegen? Ey, ich könnte ne Münze werfen lassen Oh Jesus Weil ich meine, ne echte Münze wäre zu Komplex, weißt du? Aber ne, komm Vayne Dann Mal los Ist grad noch ein Zuschauer bei dir? Ähm Ja Ich sehe Vier Auf Twitch Und einen auf YouTube Ja Vier 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 minus eins Weil mich Äh Ich hab den Sound gemutet So An die Zuschauer Ja Wenn Wenn ich nen Penta mache Dann donatet ihm einen Euro für nen neuen PC, ja? Oh Quatsch Doch Da kommt doch keiner mehr aktiv Wenn du da machst, dann donate ich dir noch einen Drop Penta Kill Soraka Nice Confirmed Penta Kill Soraka Sorry of my life Ah Ah Mino Adel Ah Gottchen Das geht grad die Nä Wär zuränder Ach was schon Finger auf die Kette Hmm Ich hab Ich hab einen Plan für heute Ich hab mir jetzt ne Carporn Playlist an Nice Ich kann ihn nach unten Was? Ich kann ihn nach unten Was? Ich kann ihn nach unten JP Performance Carporn Beste Äh Okay War ohne Auto Aber Ist trotzdem Horn Jetzt ỏi neuen album von jesus also wenn ich jetzt nicht so gut auch dieses warum also dass das lied warum heißt glaube ich oder sonna keine ahnung ich habe mir nur einzelne tracks also nur mit den echten kannte ich schon länger hat mich jetzt halt nicht so um macht er nicht sogar noch eins mit raf camora dazu mit raf camora hat er glaube ich eins gehabt da müsst ihr mal gucken na das mit treppmann ist für dich gut mit raf hat er glaube ich eins oder macht er es noch das mit treppmann ist gute frage oder ist das album jetzt komplett fertig raus ja ne das wird schon draußen sein auf youtube gibt es ja schon einige lieder wie es aussieht wie heißt du jetzt bei youtube einfach nur tony burns warte kann ich sogar noch den link vom livestream gehen nicht gerade drauf ach an antony ich habe keine permissions ja naja muss mich mit anstupsen ich habe keine permissions ja naja muss mich mit anstupsen ja haa dumm ja planen wie ich dann irgendwie den youtube kanal oder so ein bisschen müdevoller gestalten kann beziehungsweise wie ich da auf mein profil komme stream profil ist kein plan von aktuell zwei zuschauer schnauze dritter gucken ob das jetzt auf diesen weißt du was das gute bei youtube ist man kann echt immer quali einstellen erst mal so wenig server wenig ausgelastet sind und das gute ist dass er auch den youtube-chat anzeigt er zeigt alle chat dann richtig cool und einzige der einzige nachteil ist was für mich wirklich eigentlich kein nachteil ist bei youtube in der video beschreibung ich weiß nicht ob das immer neues war bei mir früher ein ding von restream genau aber ich glaube den kannst du so heraus machen aber gut dafür dass kostenlos ist es eigentlich ziemlich gut ich würde gerne wissen halt wie ich das beziehungsweise die kategorien in einem möglichen ändern ja nur mit den echten finde ich auf jeden fall eigentlich ziemlich gut was findest du echt gut? nur mit den echten neuen album nur mit den echten neuen album sorry support ey okay wie willst du ein lag man ja schön ist ja du kannst mich gleich einfach heilen auf level 2 das heißt ich werde die jetzt über low poken wird sich gleich abfacken wenn ich wieder full life bin na warte kapsala oh jetzt haben wir ein problem ja ist auch so na ein minion dann müssen wir schon level up sein ja jetzt hole ich mir die oh shit oh gott habe ich verkackt ey oh gott habe ich verkackt ey oh gott no auto attack flash oh shit oh fuck ach darauf erst mal ein pringles dann gönn dir vom allerfeinsten oh 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 ist mir die revenge jo ey die die normalen pringles riechen irgendwie wie frittpaw mcdonalds oh gott deine gerusten dein gerusten ist tot nein die riechen nicht als wirst du schon neiges ware so ein bisschen salzig und nach fette halt mhm geil fragezeichen ich muss mal mehr fritten bei mcdonalds essen weiter hier chicken burger und nice aber no chicken mhm da wird noch nicht oh jetzt geht die speed nein warum nehm ich sowas ich bin dumm wie kann ich äh Den Chat eigentlich von ReStream auf OBS übertragen Ähm, das müsste ich tatsächlich mal genauer gucken Die meinten ja, dass man das hier anstreben anzeigen lassen kann Nooo Oh, das war... Oh shit Oh Gott, ey, das mach ich da Egal, passt schon Das holen wir noch raus, ja? Das ist taktisches Feeden Weißt du, die Gegner denken, wir werden Loops Kaufen, auch Spaß, ähm... Weiß ich nicht, zehnmal die Träne Auch wenn's nicht geht, ne? Dann ist das für alle schon ganz geil gewesen Was denn? Er hat heute meine Gefäde, wenn er war mein Jupp, wir haben Klang oben auch dann Ich hab überlebt, keine Ton 0-2 Gangplank Yes Das wollten wir sehen Das wollten wir sehen Ich hab schon Angst gemacht, dass ich die Missäle Ja Boah Schrecklich Steht unser Wukong Ah, ganz gut Okay Er carriert uns, und dann carrieren wir ihn danach Ich hab schon immer wieder carriert Aua, ich hasse Zoe das So Puck Jam, ey Ach, alter Boah Ich halte das Oh, schüt Ich war auf den Weg, haha jetzt bei uns 2 zu 5 naja war schon weißt du musst dir und du musst dir wenn vorstellen wie eine knolle ja irgendwann wächst heraus eine schöne rose und entfaltet sich weißt du dann habe ich gleich die drei das code online und dann sowas hat man ein bisschen warum exhorst die ach so ja ja ist ja so ganz vergessen text sagen habe ich das gefühl wir haben gleich beide ja und ich geh base die sind halt level 7 schon ist halt super stressig ist total ganz so viel egal ja gut das hat der fisch das hat der fisch vielleicht sind sie schon level 9 ich bin auf einer anderen nein verrechte jetzt der tower wow Oh, such a useful TP, you can see this, heilin, oh god, eh, oh, oh my god, we loaded I can't do anything, I'm 05, cuz I'm sucking dicks Oh, come on And very hard ones Which are too big for my mouth, I'm kingling Oh, come Oh, thank you I told them crackers how they saw bro I thank you that this cancerous ult was broken Oh, my god That's so a nice stun I'm actually just helping from Voo Oh, now, no gangling Oh, come on, that's so absurd, this combination Sorry, I had to do something No, you can't do anything That's just... I don't know Zoe, just Super nerve Super Super stupid combination, just Stop that, stop that Oh, this is very nice Yeah, everyone is in the middle, let's see it Make it easy Just believe it They are not your level 6, that's just really deplorable einfach. Oh, das ist ein Level 6. Na gut, dann mit Sonics. Der gankt länger, der ist so eine Savage. Der will den Kartus disrespekten und stirbt dann. Die Hut, du hast da. Der hat mal einen Fullkill. Oh Gott. Oh nein, der Kombi gekillt. Ich möchte nicht sagen, aber ich glaube, das ist echt verloren. Soll ich die Leblanc zurück beleidigen oder? Soll ich die Leblanc noch sein lassen? Ich kann die Leblanc noch sein lassen. Soll Leblanc, but I can't... Ah, warte. Yes, Leblanc, but I can't concentrate on playing this game while your mother is fucking dick. Okay, dann der Conte wird gebannt. Das war nur ein Konter, ja? Das war ein ziemlich guter Konter. Was war das? Alter. Keine Ahnung, ich bin einfach zu zwölf in das Spiel. Yo, ihr seht. Etwas kann mir echt aufgehen. Keine Ahnung, der Gangplank hat oben so reingeintet, man. Renekta Level 11 halt. Ja, wir haben aufgeintet, komm. Nein. Das willst du da auch machen, Alter? Die schießt ihren... Die schießt ihren Sleeper einfach fünf Kilometer weit nach vorne. Was ist das denn für'n Scheiß? Was ist das denn für'n Scheiß? Was ist das denn für'n Scheiß? Jetzt ist nein. Boah. Was ist sogar noch hier hin? Der hat sogar noch mehr Damage gemacht. Ah. Krasser Konter. Ja. Find ich auch. Alter, dieser Bukon ist so... D? Nee, das ist gut schon D. Äh. Ja, was? Cool down. Was? Ich glaube, da ist grad dreist noch Werbung zu machen. Wenn wir beide so reinzacken, ey. Oh, hallo. Ja. Das kann's nicht. Ich glaube, die Werbung war echt zu früh, Mann. Ich glaub, das ist überhaupt keine Werbung machen sollen. Ich weiß, die... Ich bin mir verkacken voll. Der Bock sollte da jetzt noch rumlachen, Alter. Ich dachte jetzt am Ende... Wir würden jetzt surrendern. Wir enden das Game. So weißt du? Und jetzt... Fuck, ey. Ah, komm mal zu uns. Scheiß halt einfach drauf, wer macht was er will. Game is anyway lost. Almost. Ach. Jo. Nicht wieder dead, oder was? Tja. Oh, du. Der ist 013. Ja, das blockt dich auch noch eine BlankGG. Ja, das blockt dich auch noch eine BlankGG. Oh, nice. Ja. Läuft doch. Ah, kaut das hinten. Oh, Gott, Alter. Weißt du? Da macht man Double Kill und dann kommt diese gefilte Fotze da von oben. Spielt ein. Fuck, Gangplank, Mann. Was machst du da, Junge? Ah, komm. EIN Kill. Ah, ja, was mach ich da? Gold halt, ne? Dann hab ich mein BFs... Ja, Alter! Pfff! Ich hab 25, hm. Jo. Der gewaltige Besen. Der macht das. Ey, KZX, der war über die Elfte des Games farmen, kann das sein? Ja, bis eben wusste ich auch nicht, dass wir einen Jungler hatten, aber... Ja. Ey, der war aber auch nicht Bot ganken, oder? Nö, nicht einmal. War der überhaupt irgendwo ganken? Ja, auf Frage. Ich glaub, der war sich einfach nur bei allen am Beschweren. Ja, komm. Ich weiß nicht. Du kannst sie halt finishen. Ist halt super stupid. Ich sterb. Ja, komm. Ich kaufe ich meinen Dorans und jetzt warte ich kurz und dann... wird gebumst. Klap, klap, klap. Komm, einmal nein. Jetzt mein Spaß an. Don't fuck with Vayne, Alter! Hast du gesehen, wie Dings hier jetzt der Platz ist? Die, äh... Miss Fortune? Jo. War schon... War ein bisschen delicious, ja. Nee, schon Untergang wie Frankreich. So. Die haben halt außer Türme, haben die... Doch. Ah, die haben zwei Drakes. Die hätten sonst nichts. Wait! Die haben alle acht Tower? Die fliegen praktisch über die Map. Ich weiß nicht, wie ich drauf komm, aber ich glaub, der ist unwinnable. Stimmlich. Ah, ich hab jetzt ein Ulti. Ich komm da ran. Ich komm da ran. Ah, vielleicht kann ich... Vielleicht schon nichts, ey. So. Mach dem Schaden. Ja. Was ich mir draufkriege. Komm. Einfach draufgehen. Ja. Das ist einfach... Unwinnable. Ich meine, Top-Lane hat gefeedet. Wir haben eine Unlucky Lang gehabt. Haben dann, glaub ich, auch nicht mehr so serious gespielt. Und dann... Bastard. Ja. Und dann... Ja. Quizz. Na ja, da hat sich wir über meinen Konrad lustig gemacht, ey. Das geht nicht. Das war super. Kaffee, klasse. Ey, äh. Such dir, das finde ich nicht nett, ne? Kannst du was? Ach, der Lantard. Lebt auch noch. Was? Alles cool. Ach komm, du, nicht dein Ernst. Was denn? Ey, was ist? Ich soll keine Werbung machen. Ja. Aber Adrian lacht dich aus. Jo, ich leg mich mal so lange aufs Bett. Alles klar, du. Ja, sag mir mal Bescheid. Und wenn ich einpenne, schrei ein bisschen rum. Und wenn ich einpenne, schrei ein bisschen rum. Okay, gehst du jetzt pennen oder was? Nein, 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 ich lieg hier nur am Bett. Normal, das heißt, ich kann mich doch frei im Raum bewegen. Okay. So, starte einfach das Game und sag mir, was ich annehmen muss. Und nehm mal ne andere Lane. Was? Mal mit oder so. Boah, du hast auch Anforderungen und möchtest du aufstehen. Das wäre schon super. Ja, du wurdest ja destroyed. Jo, Master Enes, grüß dich. Jo. Schon. Ist das, kennst du den vorher schon oder ist das eventuell einer aus dem Game? Das ist einer aus dem Game, würde ich sagen. Kha'Zix, bist du's? Kommt drauf an, wer Master Enes ist. Ja, ich der Mann. Leider nur plus 15 Punkte für mich. Joka'Zix, nice. Jo, ein bisschen anlucky gewesen. Wir haben halt gegen die Botlane gespielt und danach haben wir halt reingesuckt. Ich habe gerade auch locker 15 Minuten nichts gemacht. Keine Ahnung, ich habe das nicht serious genug. genug genommen, ich sollte mich mehr anstrengen. Aber, na gut, nach einem halben Jahr LOL Pause, wenn ich sogar länger, bin ich eigentlich mit meiner Leistung halbwegs zufrieden, aber halb mehr sein können. Boah, ich halte diese Scheißhizze nicht mehr aus, ey. Komm, jetzt draußen kühl, erstmal das Fenster auf. Yo, ohne. Oh, oh, oh. Oh, oh. 좀 expensive riot. Oh, oh. Ah, wen spiel ich denn mal? Ich könnte Shyvana tryharden, aber ich könnte auch... Better Botname wins. Ach komm, shut up. Hello guys. Hello guys. Oh Gott. Wen soll ich mal spielen? Der MF-Bahn Ich glaube, Tony ist triggert Der MF-Bahn, ja Kha'Zix, sag wen ich spielen soll Kann man Kha'Zix spielen, fällt mir halt so ein Er ist nicht so abwegig Ja, genau Komm, Kha'Zix No, no, danke Adrien für die Empfehlung Was ist? Ähm... Ja, ja Empfehlung bitte Ah, ich werde einfach das Game dominieren Wird einfach Wird einfach pretty amazing Wird auch Wird auch Wird auch Wird auch Wird auch Das hat euch genervt Ah, Maren Das ist super Wird auch 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 Ah, ich glaub ich hab die Betracht ein bisschen zu high angestellt bei Ähm, die Betracht von bisschen zu high angestellt hab ich gemeint Ich hab nie gesagt, sag mal wann's los geht Ah, es geht los Oh, da muss ich erst mal aufstehen Boah ey, ich hab voll Bock auf einen Glaubst du gar nicht? Obwohl, ich hab nen Ventilator angelassen, ich kann eh nicht pennen Oh ja Oh ja What is that trick about? Who banned my wife? Sonze Scheiße Your husband Loll In the shadows No way ban MF siehst du? Okay, irgendwie könnte ich bedenken, dass ich hier wieder ins Gidmante rein kriege Amig Oh ufff ach du du bist echt gefährlich Lux, der Hammer du bist echt gefährlich wer die halt nix tut, haben wir 5 Sekunden Pause aber meintest du, dass die Krabbe jetzt wohl ziemlich bedeutsam wäre, ne? ja die Krabbe auf jeden Fall muss der Jenga drinnen haben ja, die erste hat gerade die Sinn vor meinen Augen, wenn ich snackt aber ich hole mir jetzt die andere die hat ja eh keinen Smite mehr wenn Lux doch nur hitten würde, oh jesus sieben Farmen läuft bei mir da kannst du ja gestern nicht da reingehen ja, Hauptsache boah, alter bin ich knapp entkommen what the fuck ja, super das wenn der alles rausgauen hat ja, ich hätte immer noch alles rufen ja, ich hätte immer noch alles rufen ach, der Kotze ah, scheiße, ey ich hätte das knapp überlebt und dann hätten wir den Kill äh, hm ich glaube Garen und ich jetzt knapp überlebt boah, no way die Sache ja anders angehen können aber da, no way weiß man nicht, was das heißt, aber hört sich hübsch an ja, ist gut, dass du nicht weißt, was du selber redest was? nix ich weiß, was no way heißt, aber ich glaube, du kennst den Insider nicht what are you saying? what am I saying? egal den Insider kennst du, glaube ich, nicht das ist schrecklich kennst du Arno-Dübe? nein der Typ, der seit 30 Jahren arbeitslos ist nein ja brauchen wir noch eigentlich nicht kennen, aber bald ein Zitat von ihm pfff äh, botlein brummt außer Ash blommst 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 ja ich habe ich gut dann ich extra abhauen, nur weil die nicht getroffen werden darf. Verpiss dich jetzt, Lux. Ehrlich. Das nervt mir, dieses Lowlife-Rundfusche. Alter, verpiss dich jetzt. Hat doch so viel Zweck, wenn er jetzt kommt und du Lowlife da hinten eh rumpinst, alter. Oh Gott, das ist sowas, man. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt mal kurz mein iPhone abchampen Die Akali AFK oder so? Ah, da kommt's doch Oh, nicht Ignite Oh, Jesus, Level up Oh, Gott AGG Oh Oh Oh, shit Fucking Diana Jesus Oh Meister Oh 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 Wow Nice, beautiful Levels disconnected, was die Akali? Er hat zwei Kills, das ist jetzt kein Grund zu Rage gritten Mein Gott ey, letztes Game Regner gegen die wir hartverkacken Das Game nach Carly, die einfach Internetprobleme hat oder so Da braucht ihr einen Gang gleich auf der Bot Oder kommt er klar? Eigentlich kommt er klar, ne? Oh, ich denke mal, die wird jetzt erst mal Base gehen Öff in der Nähe Och, jetzt geht die Lux auch noch auf, Carly Ne, die muss einfach mal Base Ich bin halt jetzt auch nicht so weit alleine raus Ich bin halt jetzt auch nicht so weit puedan sagen ich bin halt jetzt mal Untertitelung des ZDF, 2020 Oh shit, you're done bro Oh fuck, he's ill Dude, you should combo halt He's in, not flash out Oh, yeah Oh lol Oh shit, I don't know Oh shit, I don't know Yeah Oh shit Oh shit Lux, you have no ulti No Come, stun, Q, stun and A Yeah, she'd rather do the E somewhere than the first Q That's safe, just Easy Buh I don't know I don't know I'm a little bad Lux Lux An der Stelle Hätte die grad einfach den Kill taken sollen Okay Dann hätte ich nicht so viel Damage kassiert Ah, obwohl Sieht auch sexy aus Oh, da kommt was Äh, von der Mitte kommt auch was Ich glaub wir sollten so abbrechen, oder? Oder drauf Hm Hm Das kommt doch definitiv Ah, der 5, oder? Ah Oh Gott Failsmite, um 50 Leben Hätte ich ihn gehabt Fuck it Du hektisch Fuck Fuck Oh My was Oh 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 Hey How did he try to kill me? Come on Boots Yeah A half-lifed Ich glaube irgendwie Ja, klappt doch Ja, ich hab keinen Sprung gehabt Fokus nicht, das ist doch kein Ding Hätte ich gewartet, wenn ich Sprung gehabt habe, dann Überraschungseffekt Dann drauf auf die Olle Das Game sieht doch relativ schmeidig aus Auf der Toplane Oder geht's noch Auf der Toplane L-Shot geultet, okay Okay Werfen Ja, gut Was soll man machen Was soll man machen Wenn so ein harter Noob ist wie ich Fuck what, Todd? Fertig 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 Das war's für heute. Ja, triff was und ich helf dir. Was ist? Ne, ich helf mir, guckst. Oh, Gott. Na komm, jetzt gebt ihm auf die Schnauze wenigstens Alter, Lutz Was sind ihr bereit? Was heißt? Oh look Was heißt? Was ist dein Freund Da ist mein Utah Einschneid Aaaaaah Puh Aaaaaaah Hä? Oh Hm. Fingerpfalz wirds jetzt tot zu tot und weiter aktiviert? Ich hab dir das. Oh Gott Hab ich jetzt nicht ganz verstanden Boah eigentlich ein 3 gegen 3 Eigentlich nicht Macht keinen Sinn Oh Gott, ich hab mich verskillt, ey, oh nö Ah, ich hätte eh skillen sollen Nice Also beim Evolve-Skill Game is lost Ja Dem Skill ist Kha'Zix nämlich Erstens ist es super auffällig Wenn du einfach ein Jungle Cap machst Und da tausende Ws durch die Gegend fliegen Zweitens ist es super useless Wow Hier soll ich die Zeitung Nicht eine Sekunde Ansilence Der, äh Flash kommt noch durch Und ich sterb trotzdem Wo echt kein Damage mehr auf mich Merkt das Geil Ach, der trifft die auf EQs nicht Ey, mega Wahnsinn Ah, Kali hat da wieder was im Gebirge gefunden Ah, Kali hat da wieder was im Gebirge gefunden Witterlich sind es teilt Der Kali jetzt im Buff Äh, tatsächlich nicht Ich beschwärm Hm Boah, ich weiß nicht Jetzt sind wir natürlich mal wieder abgelenkt Du mir jetzt Mr. James Blond Gebirge Gute Nacht Bis zum nächsten Mal. Ah, ich versuch's jetzt noch, ey. Ja, das Game ist grad extrem guilty. Wird halt so ziemlich hart reingehänt. Also jetzt, keine Ahnung. Wird es hier von rechts. Wer hat sie mich hart reingehänt? Alle sind ziemlich oft gestorben. Ja, stimmt auch wieder. Aber ich bin da nur am meisten. Ich bin auch der da reingehänt. Man muss in meiner Verteidigung nicht sagen. Ja, Leute. Ja, Leute. Ja, Leute. Ich noch. Let's go. Let's go. Let's go. Komm, die Ashe. Die ist soft green. So. So. Ja. Jetzt hat's vollaut. Play to be fordowel. 104 ist raus. Vorsicht. Beeload. Komm, Diana, Hilfe. Ja, stimmt übrigens. Aber geben wir den Tauren down. Jesus, das macht die Damage. Ja, hinten rum Ja, die auch Kann schön singen, ne? Ja Oh und betäubend Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah Dann geht's wieder nicht verstanden Das ist die Fox Malone natürlich Late Oh, die Witte Hier unten ist ne Fotze Oh, was Jetzt kurz die Base und danach kill ich die Fotze Oh, was kauf ich denn? Oh, fuck Oh, ich hasse es, man Okay Ich dachte schon, ich müsste an der Ult Man hat halt ein ganzes Item Vorteil Weil wie schon gesagt, die halt Mehr Feed kriegt, als die ich Oder generell Feed kriegt Weil einfach jeder irgendwie so random rum stirbt Geht so ein Live-Kauf von ihm Was für Gehäte wird, ob er eigentlich ganz heiß ist? Okay Wow Hast du mich Spam gehört? Wie lange ich Titan 2 war, ey? Ist doch leicht erledigt Was für ein Superstar ist? Was für ein Superstar ist? Ich möchte ein Superstar sein Ich möchte ein Superstar sein Nein Oder Wo wir わか complained Es ist волEN cad Ich... falan be... Ich hab aber so ein glänzendes Haar gestreichelt Hast du nicht? Nee, ich hab vergessen Das war mal mein Plan Ach, ich dachte schon, die Stimme kenne ich, ja Kapper, Kapper Hast du wohl nicht falsch gedacht? Oh shit, beim Wapper, beim Back Wenn du Bock auf dich hast Oh Gott, ey Diana So, Thorsten, mach gleich mein Gamehits Du streich Oh Oh shit Los hinterher, Alter Oh shit Shit Thorsten, hast du jetzt deinen Pierenwagen? Ah Das ist die Frage, die ich mir stelle Ah Gott, ey Wenn ich den Song nennen Weiß jemand wie das Song heißt? I wanna be I wanna be I wanna be Komm Warte mal Na, wurde auf nächsten Monat vertröst, mal schauen Oh Oh shit Erstmal besser die Lohnerhöhung genommen Die wär sofort da wahrscheinlich Ich weiß Weiß heute, glaubst Wenn du das mal so siehst Auf Dauer rentiert sich auch ne Lohnerhöhung mehr, ja Je nachdem, wenn das Ähm Je nachdem das ein paar hundert Euro sind oder so Je nachdem das ein paar hundert Euro sind oder so Je nachdem das ab 100 lohnt sich's auf Dauer schon Nach ein paar Jahren Ich schätze Kein Wort, kein Wort, kein Wort Kein Wort Kein Wort, stimmt Soll ich direkt mit Ult hinrennen oder? Quatsch Oh Ich hab mich zerfickt Schön, dass sie ja chillen wir Setters Nice, nice Thorsten Wie sieht's mit Orion aus? Game, weil ich dir gegiftet hab für einen ganzen Euro Mach'n burn Jo Nice Ulti Die Preventure will echt find Oh, what the fuck Ah pfff Ja, das Was nützlich Ja ja Unlucky Ich glaub' ich hab's gefunden, oder? Nein, das ist nicht die Playlist Nein, das ist nicht die Playlist Und da hatte ich niemanden streamen Ach, alles gut, alles gut machte da kein Kopf drum Das ist sowieso ein Late-Night-Stream, weißt du? Einfach ein bisschen chillen Ich kann noch über alles labern Oh mein Gott, ich glaub' ich hab's wieder gefunden Danke noch Super Star Dreams Ah, ich hab's gefunden Dave James Super Star Dreams Was denn scheiß? Und now we're gonna be I'm gonna be I'm gonna be Now we're gonna be Gut Das ist was NUTTEL Bitte gleich NUTTEL Hm Los mit Jungen Los mit Jungen Hast du 130 Euro heute nicht bekommen? Aber seit wann läuft dein PC wieder? Ach so, ach das war noch die Request, wo Dann läuft dein Auf der anderen Und Knöcke da versucht Da reden Da Du hörst dich grad irgendwie abgehakt bei TS an Ja, weil ich gerade mich weggedreht hab Ähm Ja Das geht halt schon etwas länger So Wollte ich eigentlich Wollte ich eigentlich Für den Moment Den ich Den ich nicht erhofft habe Der dann noch gekommen ist Naja Aber naja wäre vielleicht doch gar nicht so bad Und halt halt trotzdem irgendwie vielleicht Neues Motherboard oder so Keine Ahnung Ah, ganz ehrlich ey Ich glaub das lohnt sich nicht Für den alten Prozessor Weil dann kaufst du jetzt Sagen wir mal Und wenn es für 40 Euro Du brauchst das ist Kaufst du es Ähm Schmeißt das alte weg Wenn du meinst es wäre kaputt Weißt du Hm Und Dann Na Erstmal 40 Euro Minus Du Ähh Wie viel lose streamst du morgen Thorsten Bist du oft? Oder wie? Was? Warteis? Ne hab du oft das hab ich gemeint Äh ne Ich fack' nur Wie viel los streamst du auch meint doch jetzt Thorsten Und der CEO schreibt, was meint der mit? Ja, oder? So, ne? 18. Ja, du streamst immer später, ey. Früher war feste Zeit 18 Uhr, jetzt bist du gegen 19.20 mal am Stizzy. Die Nacht, Reddy. Ist SEO, achso, naja. Ähm. Welchem Film warst du eigentlich? What? Dauntless? Dauntless? Geil, aber ich glaube, das ziehe zu viel Leistung. Für den, äh, Dings-Muster. Ich wollte eigentlich eine andere Lange spielen. Fack es. Geil, neil, so, so. Ich mach mal Essen, ja, gönn dir, was ordentlich. Was? Ne, ne. Ich meinte nur, dass ich, äh, Hater's was ordentlich gönnen soll. Er will jetzt sich was zuerst machen. Ach, keine Ahnung, ey. Was für Grafik low, macht das gleiche aus wie lol. Ich erinnere mich morgen auf jeden Fall oder später mal dran. Ja, ich mache mich. Und ich habe mich noch auf jeden Fall. Ich habe mich übergelenst. Marst du mal dran. Ich habe mich übergelenst. Ich habe mich übergelenst. Schade mich übergelenst. Ich habe mich übergelenst. Wie auch die Schweiz. Ich habe mich übergelenst. Wie auch dieرة. Die Woche waren. Ich habe mich übergelenst. Ich weiß nicht, was ging mir vom Stamm War bei dir bis 23 Uhr? Ok Ich glaube es wieder wegen wie langweilig Ich hatte keine Langzeitmotivation, ok Torsten, wie hat sich jetzt bei der Besprechung von euch am Montag Hatte sich da eigentlich wie er noch für den Faust-Jourver entschieden oder so? Weil ich würde die nächsten Tage dann gerne hosten, das wäre die Sache Und wenn müsst ihr mir jetzt sagen, ob der Ark mit drauf soll oder nicht Dann ist der natürlich teurer, weil dann brauchen wir definitiv mehr Leistung Alter, du hast mir ja gerade den Schreck des Todes gemacht, weißt du wieso? Guckst du auf die Summoner Space? Habst du so halt mein Noll Fenster? Vor deinem Stream? Seh so, ich hab Barrier Meine Hand am anderen Ecke des Raumes gefühlt Und äh Und äh Dann check ich erst, dass es dein Stream war Nice Doom, was ist das? Junge, Junge, Junge Ja Ja Aber Touren sind ja barbarisch Ja 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 Das hatte ich mal 57 Ti, komischerweise auch Aber ihr packt ja LL Ich packt die Locker Ich packtePR Ja, ja Ist ja auch mit der Dingssaison Aber ich habe selbst einen langsamen Prozessor Egal,udaiftbeauft với überhaupt auch nicht äh äh ELL hat mal langsam geladen Jetzt sind jetzt einfach nur eine neue Grafikkarte und einen gleichen Prozessor und das lädt schnell also es lädt instant Denkt man schon, dass da eine Grafik fliegt Boah, bin ich müde, ey War eine Fehlerentscheidung, glaube ich, noch ein Gelb zu spielen Aber jetzt ist auch egal Ah, es ist auch kein Monster mehr im Kühlschrank Beziehungsweise irgendwo im Haus Boah, voll Bock auf was Kaltes, aber... Keine Ahnung, wenn ich mir jetzt... Bier oder ein V-Plus oder so hole, dann bin ich doch ein Mhm, ach, ich bin bloß hier da, Alter Fuck Doch Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Fight mit der Cola. STAY BIRTH! Komm, vielleicht ein bisschen Agro. Komm, du kannst ihn jetzt hooken. Er stand gerade so was von frei. Und das eine ganze Weile. Awww. Ja. Like a blizzard. Ach, geh weg. Komm, du. Du hast so viel Zeit zu hooken. Ich verstehe jetzt nicht. Wie kann ich ihn nur so daneben setzen? Alter. Verklick ich mich komplett. Uncool. Aber trotzdem noch mehr als die Interessante WTF. Ich krieg's gerade überhaupt nicht hin. Mein erstes Game mit Vansett lang mal wieder. Ne, oder? Ach. Da war klar, dass ich mich kriege. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Echt schlecht. Was auch immer da gerade noch Damage dazu gemacht hat. Holy shit. Geh base. Ah. Ich hab die Cola von der halt echt noch nicht versoffen, ne? Ich hab überhaupt auch das Gefühl, dass ich nix getrunken hab den ganzen Tag. Ich hab überhaupt auch das Gefühl, dass ich nix getrunken hab den ganzen Tag. Ich hab leider echt ne Farm drinne. Oder ein Kill wenn möglich aber Oh Ah Ah dude War ein bisschen wischen Oh Sah fucking close aus Hm Das war close, hat echt nur ein Auto-Attack-Sets müssen Ah agreed it Ah fuck Hallo Zett Schön Nicht wieder zu sehen Kann ich nicht gegen healen Yee lauf einfach Junge Du bist das nächste Ach dude Okay Der hätte auch echt nichts mehr haben dürfen ey Der hätte auch echt nichts mehr haben dürfen ey Hat der alles bei mir raus gelassen Und der Nasus kriegt oben auch auf den Sack ist in Ordnung Ja Ja hä Dude Hallo Alter Ah das hat er auch noch Die Verbindung verloren ey Genial Keine Ahnung Geh doch auf Tristana ey Na egal Passt schon Aber nicht meine Lane pushen Alter Alter Oh nice Hat so gut gespielt Ah Ah Big Shoften Ah Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Er kriegt halt trotzdem seine Scheiße raus Weißt du Wir schauen mal gegen die Wand und trotzdem kommt die Ulti entgegen Keine Ahnung First Tower First Tower halt Das müssen wir normalerweise viel mehr daffen Jungler gankt halt jetzt ein 0-3 Toplaner Ja Zweiter Tower Down in der Mitte Ah Ich bin schon Halt schon wieder dead Das ist Warum geh ich da eigentlich rein? Warum geh ich da hin? Warum reagier ich über Alter Ah Schau's drauf Ich versteh's halt nicht Egal Geist 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 So... da geht er ab hier und ein tp ach ich kann einfach besser das war besser so Yeah yeah Farming, farming Level 9 Vega Okay Okay Aww Oh Just try her baby Das sah gut aus man Hallo Vixxer Hm Was trinkt der her? Oh Scheiße You're dead bro Ja Da Krieg den halt nicht mehr dagegen geschubst Ups Das könnte der unendlich lang latschen ey Oh Das wird gefährlich Zumindest für Swash Und die Oh Oh Das wird gereckt Das ist doch so Oh Oh Not bad Das war echt heftig Das war echt heftig Echt nicht schlecht Das war echt letzte Sekunde Ach Junge Was ist denn da los? Na ja Mr Noammer sollte ich auch so schaffen Und die Dramatische Wie ist das? Das war die 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 Familie, die Tiermont und die Fatigue, die Reveille Oh, Alter! Der fucking slow! Das ist auch so ab und tief nervig! Schnauze! Hör auf mich da rumzupingen, Junge! Ich glaube, hier geht auch wieder Party Na, geht auch Oh, die Q ein bisschen Spät eingesetzt Na, 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 na Okay, jetzt kann ich Full Damage gehen Nötigen Tags habe ich definitiv jetzt Bis zuerst Mein Karma ist clean! Geht da oben wieder ab Wollen wir mal mitmachen, wa? Bisschen Spaß dran haben Yo! Egal War es mir wert 800 Ziemlich Teuer! Oh, no! Danse! Oh, man! Oh, man! Oh! Hast du aber gut gesehen, Trash, dass Snowboards hier sind Alter! Oh, finally! After 20 Minutes, Alter! Viel zu lange! Und der Gefiede denkt jetzt da oben rum Split Porsche oder was? Oh, man! Oh, man! What's? Oh, man! Oh, man! Oh, man! Ich krieg selber Scheibe, ganz dringend. Das war so... Oh, Gott. Ja, hättest du ein bisschen früher machen müssen, Dude. Hey, wofür hat er jetzt sein Fleisch genutzt? Alles verpasst, ja, alles verpasst. Top-Man-Push durch, Tristana ist beim Baron. Oh, klicke ich hin. Wofür? Die kriegt jetzt bestimmt auf die Schnauze. Wieder hab ich diese Scheiße drauf hier, ja. Banasos macht mich halt total immobil. Okay. 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 Schiet Infernal kommt Oh no Oh Gott, ja, ich weiß wie das endet. Danke Team. Eins hilfreich. Der hängt da drinnen. Ich geh da nicht hin, Alter, vergiss es. Ich hab meine Ulti nicht, ich bin total schutzlos. Außer vielleicht mit Flash. Der klärt unsere Sicht. By the way, wir sehen halt nichts. Und wir müssen dort. Ja, was machst du da? Ey. Ey. Und der intet da halt ins Gebüsch rein, obwohl er weiß, dass da alle sind. Ach, egal. Was helf ich da eigentlich noch? Bin ich genauso schuld, ey. Ja. Geil, das krieg ich noch hin. Geil, das krieg ich noch hin. Ja. Und ich bin total. Ja. 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 Du bist unglaublich gut, Zvash, oh jesus, Garen los, du bist der einzige Tank, rein, worauf wartest du, alter, und jetzt tankt die, äh, und die lassen den Thresh hängen, na nice, na die kommen dir hoffentlich mal bald zur Hilfe, uuuh, nice Flash, duuude, saft ihn bloß, wenn er da rumsteigt, lol, GG, der hat Flash, doch, hat hier jetzt Solo den, Vernon, what the fuck, what are you doing, Lull Ah, ist ein bisschen dumm Ah, der weiß, dass du das, ooooh, oh god, jesus Was ist das hier, ey Kann man jetzt vielleicht mal den Burn machen, weil wir drei Leute gekillt haben Seht ihr das auch so, Team? Nudes So eine Chance bekommen wir nicht nochmal Safe call Zvash back halt wieder, full life, was soll der Scheiß? Drei Leute getötet, erstmal Base Objekte ist ja nö, warum denn? Lieber Enten Oh Oh Ich hab Angst vor seinem One-Shot, ehrlich Ist doch scheiße Ich brauch Hextrinker Ist das Backstreet Boys, what the fuck Oh god, nice Oh, Z-Count, here we go Interessante Samming to burn machen Was machst du da first? Ich will einfach mal base Oh, es kommt Mr. One-Hit wieder Oh, leil Oh, okay, da kommt das dann Was hören wir in der Mitte noch? Ah, ne, alles gut Ich rede die ganze Zeit schon Ich rede die ganze Zeit schon Ne, ich meine, ob du von mir was gesagt hast Dachte ich Lull Lange bleib ich nicht mehr wach Kannst du auch bei den Diggi Ja, ich guck mir gerade noch Autos an Weißt du, so Autos wo du denkst Ey, die sind eigentlich voll günstig dafür, dass die so geil sind Aber am Ende verkaufst du eh nie Hm Ne, das glaub ich nicht, dass ich Ähm Dodge Habe Der einfach mal 20 Gitarre schluckt Lele Aber er kostet tatsächlich eine 40.000 Das ist ein Schnäppchen Das ist ein Schnäppchen Das ist ein Schnäppchen Das ist ein Schnäppchen So langsam Brauch ich B.O.T.H.K Oder Tunis Rass Whisper Bin mir ein bisschen zu tanky bilangusan Ich würde euch abholen träume Prauf Präsentation Das Ich verstehe das nicht, wo hockt der hin? Was machen die da? Das mache ich da. Krieg ich da bald mit, was da abgeht. Es wird jetzt immer schwerer an Geld zu kommen, ne? Mal wieder ein bisschen durch den Jungle streifen. Und das. Drei Stunden Stun, doll. Ja. Die hat es noch gesehen und John trotzdem wiederholt die rein. Okay. Sieht noch im Voraus, wo sich das gerade aufbaut. Dude, kannst du das mal skippen? Ach so, was? Gibt das mal. So, ja warte, ich muss kurz was Neues reinpacken. Machen wir kurz mal eine fertige Playlist rein. Fassen. Ne, die Chasen halt schon wieder den Nasus des Todes. Und das nervt mich gerade. Da ist ja auch niemand mehr. Da ist sie. Ja. Blaserengel, das ist ja. Die Dabgung. Die Dabgung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, chill, what the fuck Oh, gott schnauze Oh, gott schnauze Oh, gott schnauze Oh, gott schnauze Der Blaseengel, hallo. Wo das Chapen bleibt? Ja, klar. Was auch sonst? Ah. Hat den härtesten Kampf seines Lebens. Keine Ahnung, warum wir reinrennen. Einfach nur FFPs. Ich glaube, ich mache Sense for heute. Ist gut. Ich könnte mich sonst noch ernsthaft aufregen. Warum teleportierst du? Nice TP-Waste. Ach, Alter. Das ist schon Herz allerliebst. Drake da. Gary nimmt man auf top. Also, es bewegt sich auch langsam hin. Oh. 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 Gibt es Nippel zu sehen? Ja, deiner. Hast du gescreenshottet? Nein! Was geht, Digi? Ah, Alter. Nice heat. er hat auch schon wieder zu viel getankt und zwar schon wieder packen niemand kann tanken jeder von denen ist Tanki, das ist Vega. Oh geil. Oh. Er hat den Inferner. Gut dass er da drüber kam. Schön dass wir darüber geredet haben, den Jungen. Das geht, bro, I'll fit you almost. Ich bin ungern, aber es gibt da ein paar peinliche Videos von dir. Ja, ich weiß nicht, ob die noch angezeigt werden, weil ich muss ja den PC nachher aufsetzen und dann mögliche. Ich weiß nicht, was davon noch da ist. Junge, was willst du denn machen? Wir haben keine Minions zu, Arknub. Das ist halt total unnötig, darum zu stayen. Das wäre ganz praktisch. Und die Ulti. Okay, was auch sonst? Ja, stimmt. Ich dachte, der oberen wäre schon weg. Keine Ahnung, warum. Es gibt genug peinliche Sequenzen von mir. Also von daher, ich glaube, das ist schon mittlerweile Normalität. So ein Gruppenstun wäre halt mal echt nice, wenn wir das hätten, aber wir haben ja nur Squishy aus der Szene hier. Wirklich nur. Und Tanks hier halt dumm reingehen. Ich habe sie noch. Läuft. Dann wollen wir mal. Jetzt dürfte aber echt alles raus sein, oder? Alter, uuuhh. Alter. alles klar jung macht's gut ich bin so grottenschlecht keine ahnung ich glaube ich host euch jetzt noch schnell sehen und dann falls überhaupt noch mehr wach ist naja dann wird's wohl das ja berlins halt sein wünsche gute nacht schlaft gut und erholt euch gut dankeschön fürs zuschauen und ja bis später ja peters peace 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 Bis zum nächsten Mal.